Herzlich willkommen liebe Zuschauer zu Tipps Trends News. Heute stellen wir Ihnen interessante Unternehmen vor. Die Firma Hodab in Oberkirch fertigt seit 1970 hochwertige Aluminiumtüren und Fenster für Gewerbeobjekte und den gehobenen Wohnungsbau. Seit 2007 ist durch eine Firmenübernahme die Hydraulik das zweite Spezialgebiet der Firma Hodab. Weitere Informationen erhalten Sie unter